Dum 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 Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Flatworld Ja Folge 3 Ja ähm wir sind wieder mit dabei mit dem Rohrflikopter Moin Und dem Melon Yoshi Hallo Und warum ist hier so eine riesengroße Fek- ah ok Äh Perfekt Äh Jui Hier ist einfach Marktplatz Mh Genau in der letzten Folge haben wir ein paar Dörfer erkündet haben Mein Inventar zugemüllt und äh ja bauen jetzt einen Stützpunkt Äh Warum es sind da zwei Öfen Ach das ist deins Das ist unser Stützpunkt Das ist unser Stützpunkt Also dort wird unser Stützpunkt entstehen Ich dachte wir wohnen im Dorf Nein Nein Oder Oder wohnen wir dort Wir können theoretisch den Stützpunkt so groß bauen dass er bis ins Dorf geht Ja Achso wir wohnen jetzt dort beim Stützpunkt Ja Wir wollten ja das Dorf auch ein bisschen aufbauen Dass wir mit den Dorfbewohnern handeln können und die auch beschützen und alles weißt du Achso Oh rotes Bett Warte mal ich hab ein gelbes Bett Warte mal ich hab ein gelbes Bett Wollt ihr da reingefischt? Wollt ihr da reingefischt? Wollt ihr da reingefischt? Wollt ihr da reingefischt? Wollt ihr da irgendwo ein Bett drin? Da will ich aber nicht ruhen Ich hab extra ein Ganz kurz hat jemand 3 Eisen oder so? Äh ja Ja Gut Danke Ah du hast auch Geld Tja wir bauen einfach Strohhütter Dein Manns Wir bauen ein Strohhaus einfach Einfach so ein kleines Strohhaus Kartoffeln für alle Wofür brauche ich Kartoffeln? Ich will mein Stroh wiederhaben Nein Hä das ist mein Stroh Das ist mein Stroh Achso Das ist mein Stroh Dann baue ich halt hier mein Stroh hin Das ist dein Stroh Ach ich hab kein Stroh mehr Alter du musst jetzt damit leben Hält was Stroh in der Hand meine Fresse Ja aber nur ein Stroh Jetzt geht ins Bett Leute Nein das fackt mich jetzt ab Das ist unsere Tür Ne das fackt mich jetzt ab Jetzt wirst du ausgeschlossen Meinetwegen Du hast das schon vergessen Genau so Dein kleines Strohhäuschen Ja Also Wo darf ich mein Haus bauen? So das ist meine kleine Strohhütte Wo darf ich mein Haus bauen? Keine Ahnung Kannst du da schlafen? Oder ist dein Bett blockiert? Eigentlich kann ich da schlafen Eigentlich Aber nur eigentlich Du kannst nur nachts Ja du kannst da wirklich schlafen Ich baue mein Haus hier so glaube ich schon Stimmt wo ist Tom? Wo bist du? Ich hab grad Wasser geholt Achso Ok da baue ich mein Haus Hier hin Ich baue mein Haus hier hin Ich sehr wichtig Da hab ich einen guten Punkt Dort wo das zwei Strohblöcke sind Ja ich baue hier Ach stimmt man kannst ja am schnellsten Abbauen mit der Hacke ey Alter ich bin krass Siehst du gut dass ich mir eine Hacke gebaut hab Ich hab die ganze Zeit schon Stroh mit der Hacke abgebaut Bis sie kaputt ging Ja ich würd mich um Ich würd mich um Essen und so kümmern Ja Und dass das Dorf erfordern bleibt Ja Ich eröffne mal im Dorf so ne Mine würde ich sagen Wo wir Stein bauen können Würdest du Machst du mal bei uns Also fängst du an bei uns zu bauen Die kann ja dann im Dorf irgendwie Achso So rüber gehen weißt du Weil da müssen wir nicht immer zum Dorf machen Das ist so ein mieses Bett Perfekt Ey Ey Musik Nein Ey Ich würd doch nur die Mine bauen Ja Jetzt sag mal das reiche jetzt langsam Ganz wieder aggressiv Hast du mich jetzt die Mine Joppa Scheiße Ey Jungs Jungs macht den ruhig Oh Gott Er hat ein Messer Er hat ein Messer Scheiße Wo bin ich? Mein Butter Messer Ich bin am spawn Dann lauf mal los Wie ist denn die Koordinate Sag mal Oha Miesi Bist du schnell gelaufen Alter einfach Flash Einfach Brauchst du Stroh Miesi? Ja Brauchst du aber noch mehr Holz Soll ich dir Stroh geben? Ja Und mit der Stroh Ja so Danke Auch mal hast du überall eine Sache Ich frag einfach gar nicht Ich hab dreieinhalb Stacks Stroh insgesamt Yo Okay warte Ich pflanze das Bäume an So Wir müssen Stroh anbauen Mammutbaum Das sieht so hässlich aus Ja gut so ähnlich Schwimmst du? Ja gut so ähnlich wie schwimmst du? Ja So die Frage die ich mir stell' Wo bauen wir jetzt Mine hin? Na mach doch so'n So'n Mach erstmal so'n kleinen Eingang Knarung Hier vielleicht hier hin so Ich mach's hier so Ja so Wo? Keine Ahnung Na na da nicht unbedingt Mach's mal hier so Weißt du kannst ja dann so'ne Art Tunnelsystem machen das unterm Dorf auch lang führt und dann kann der dort auch noch ein Eingang hin Weißt du? Ja Ist das nicht ein wunderschönes Haus? Weiß ich ne Ich bin unter der Erde Ich glaube du wirst es nicht sehen Ich will es aber sehen Du siehst Wunderschön So kommen wir zu schrägen Ist das wunderschön auf dir Ist das wunderschön? Ist das wunderschön? Haha Okay da kam Gott der Dämon aus mir raus Bei Stroh werde ich empfindlich Boah Alter so noch schon Batman be like Was? Batman be like Batman Da hat er wirklich Da hat er in The Dark Knight wirklich so seine Stimme verstellt Ja Alter Das beste Haus was ich hier in meinem Leben gebaut habe Warte das Also ich muss noch Ich muss noch irgend so ein Strohdach Machen wir nicht Was aber noch nicht wie Habe ich noch die Werkbank? Ja habe ich Okay Ein Mädchen hat keine Werkbank So Ähm Ne das Dach das baue ich dann schon aus Oder auch nicht Weil ich kann Holz abfüllen Ich habe Sticks Aber kein Knochen mehr Hm Aber ich habe ein Kessel Woher habe ich Kessel? Geklaut Ich habe auch noch Obsidian Soll ich euch Wo geklaut? Alter ich hau mir immer den Nischlein Ja da können wir noch was machen Ja ich machs grad Wie groß soll denn das werden? Einfach so ein langer Gang? Ich habe jetzt so ein 3x3 so gemacht Naja so kann man es ja machen Okay Könnt ihr dann so eine Größere Fläche und dann so vier Gänge in jede Richtung Ja Oh Gott Wollte ich das schon wieder sehen Jenseits Ich weiß Shanga hat nicht geladen Achso Ich dachte gerade das wäre nur bei mir so Ich habe ja mal eine Kiste extra für Steigen gemacht Warum sollte ich jetzt meinen Stein hier abgeben? Warum kommst du in Form? Wie kriegen wir Lava ran eigentlich? Äh Schmieden 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 Äh ja Schmieden 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 Ja Merkst du was? Okay ich habe es fast ausgeholt Schmieden 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 das finde ich schön das macht mich froh probleme die werden gelöst probleme sind problem gelöst habe ich drei stack aller genau drei stext stein aber auch genau das kann man kann man nicht so stein trepp machen so wohl eigentlich will ich gleich am anfang so ein haus bauen oder war oder oder ich lasse strohhaus glaube ich las sogar das straße ich glaube das ist ja ganz funny muss ja nicht immer in jedem projekt das extravagante sein das sieht aus wie von den drei kleinen schweinchen das schluchhaus ist so ja das ding ist ich habe kein holz mehr legt euch mal ins betten kritisch jetzt muss ich mal kurz gucken wo das ist soll ich dir die screenshots schicken nein warte ich habe doch hier steht doch also ja das ist ja die metz gehäuse und jetzt passt auf gut wie sie wort man erst mal das wird auf wo das im weg steht hier sehen sie eine einen lohn joshi merkt man dass man die werkbank doch wieder braucht und platziert sein wissen weiter weg ein bild ist einer freien bildbahn auf einer fläche ist nichts es baut eine tür es baut mehrere türen es folgt sein instinkt ein überaus natürliches phänomen ist fehlt dennoch eine tür mein haus die er baut was ist das wort steigen es hat sich entwickelt es hat sich entwickelt es baut seine natürlichen fähigkeiten sondern seiner freien bildbahn aus dokumentation so jetzt haben wir schon mal die vorderwand ja wie geht es weiter das weiß ich nicht das werden sie heraus in der nächsten folge sehen wenn es wieder heißt wenn es wieder zwei blöcke damit ich ach komm darf ich dir was befällt dir so heißt die doku ok das ist so an sich vom weg her fertig was wollt ihr als erstes für einen job haben also was sie doch wohnen haben ich glaube bibliotheker alles klar so muss ich eine bibliothek und cool nur forderung stellen ich habe zum glück irgendwie vier lesepulte geklaut ausgeliehen ich habe gefragt ich durfte mitnehmen haben wir haben wir dort ist so ein jahrdings äh so eine steinsäge eine steinsäge funktioniert bei uns glaube ich nicht oder ne oder kann man auch strohtreppen bauen nein schade nein nein einfach nein das wärs doch gewesen glastreppen wie geil wär das Jaha Let's go wheel glastreppen wär schon geil ja was hat so ein schlitzer allj default ja schaut doch schön aus oah alles klar neh 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 Jungs, was gelt mal runter in die mine, was habe ich euch zum thema Corneln gesagt nichts könnt ihr mit dir runter gucken geh mal da runter Juch, alter, alter, juch, einfach Armee Junge Alter, ich dachte Wo kommt denn der Endertrache auch her? Nein Der Mütter Oha, ja, cool Mach die Platte, Mäuse Batman, das ist ein Bad Tully auf einmal Alter, kommt noch her, kommt noch mehr Jo Oh, da ist noch ein Creeper mit drin Oh, scheiße, zurück Oh, scheiße Egal Digga, wie viel Es ist ne halbe Bad, Hülle kontrollierte Sprengung Jetzt von Real, das könnte man wirklich nutzen Ja, das stimmt Ah, stimmt, wir könnten, wir haben auch keinen Sand Ey, wie viele Pläne, Mäuse, alter Batman freut sich Jetzt von Real, weißt du, wie viele Pläne, Mäuse hier sind? Ja, okay Alter, von Real, das ist echt Geil Du triffst dich auch nicht, musst du ein Pixeltreffen gefühlt Ist so Oh, das ist das zweite Mal getroffen Geiles Minispiel Geiles Minispiel Ich nenn die Folge, Fledermaus Hat die Fledermaus mich geschlagen? So, wie kriegen wir jetzt Glas? Schon wieder dunkel Was will ich jetzt? Juch, wie viele Pläne Ja, das ist Reintäusch, früher waren ja auch immer Haufen Slimes Oh Gott, ich bin da tot Stimmt, stimmt, früher waren Flachwäsche Stimmt, habt recht Das ist ja nicht zu gut gelaufen Das ist ja nicht zu gut gelaufen Das ist ja nicht zu gut gelaufen Ich hab jetzt Bomni Oh mein Gott Ich hab schon wieder einen Screenshot gemacht Was ist, wenn ich jetzt den Creeper in dem Haus explodieren lasse? Junge Oh Gott Junge Ich höre nur diese Frage Was passiert, wenn ich jetzt Creeper im Haus explodieren, Alter? Es tut mir leid Es tut mir doch so leid Das wollte ich nicht So, mit einem Schmelzofen konnte man noch Essen schmelzen, ne? We don't do that Ja Ne, der Reucherofen Aber auch Schmelzofen kannste Schmelzkäse Äh, mal stop, 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 ich brauch Eisen 3 Stück Junge, wie viel Eisen brauchst du? Ja, stelle ich dir hier her, Tom Ach Junge, jetzt mach ich das Oh Gott, Gevi Was soll ich denn jetzt eigentlich bauen, Junge Ich hab richtig Richtig Lust zu wenig alter wie viel baummehl fressen diese bäume da war ich wohl kurz weg was warst du kurz ich war weg jetzt nicht mehr cool danke ich sehe jetzt schon das ganze projekt wenn die nur federmeisen rumhängen ist so ja wir müssen den namen geben danke vor dass das machen in den fuß werden dann danke da hat jemand hier ist kann man die bibliothekare kauft man kann in die grund warum wir ja erst mal die mine machen dann mache ich ohne bibliothek ich glaube das was für die folge gewesen 45 minuten und wir können egal ich würde sagen das was wir die folge gewesen wenn es euch gefallen hat würde gerne bleiben da lassen aber nicht vergessen weil dann erhaltet ihr alle benachrichtigungen in der august abo box heißt es so keine ahnung dann benachrichtigungsbox kiste keine ahnung ja das ist aber haute rein bis zur nächsten folge und ciao